Jo Leute und dann mit Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Ja, nachdem wir ja beim letzten Mal so weit in der City fertig waren, ich weiß, es fehlt noch einiges, sind wir jetzt im Küstenland und sollen das Riesenfehler besiegen. Was willst du denn schon wieder? Hey du! Ja, ich weiß. Hast du doch eben schon gesagt. War so für euch in der letzten Folge. Vibriert irgendwo was. Oho. Hm. Okay. Hm. Irgendwas vor da. Tschüss. Drüben. Okay. Strandhaus. Ein Beachvolleyballfeld. Schal, dass gerade niemand spielen will. Hallo. Was sagt er? Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Willkommen an Bord. Piraten Sachen. Hm. Shopping am Blubberstrand. Piraten Outfit. Gut. Okay. Ich habe eigentlich gerade die Bade-Sachen angezogen, aber... Egal. Geh mir die Sachen an. Ich hoffe mir auch einfach noch hier. Ist ja egal. Guck mal. Hallo. Der Fiese lässt uns nicht schwimmen. Okay. Ist hier was? Ah ja, verstehe. Gar nichts. Jetzt gar nichts. Der Fiese lässt sie nicht schwimmen. Alles klar. Okay, geht nicht. Dick. Das Spielfeld ist bereit für einen spannenden Wechsel. Mhm. Okay, das passiert nichts. Wahrscheinlich können wir nicht, weil das im Weg ist, ne? Da oben ist auch noch was drauf. Wollte ich so nicht, aber ja. Zack. Wir machen eh wieder was anderes, als was wir sollen. Also so wie immer. So wie immer eigentlich. Hm. Okay, ja damit. Unsere ersten hatten ja noch gar keine. Okay. Der Eingang des Leuchtungs befindet sich etwas weiter in diese Richtung. Ah ja. Ah ja. So. Meine. Meine. Um auf die Leuchtung zu kommen, musst du erst durch diesen Tunnel. Danke, Professor. Der Tunnel ist nicht ganz groß. Nur ein Fisch hätte den Atem lang an. Ah ja. Hallo. Aber wir können ja das hier machen. Hallo. Wart ihr? Machen wir das so. Hm-hm. Wow. Natürlich. Falsche Richtung, ne? Konnte ich tauchen? B. Da hoch. Okay. Ist das dein Ernst? Ist mir ein bisschen Schaden wieder genommen. Hm. Junge. Okay. Klar, warum nicht? Yay. Nee, jetzt. Ich glaube, man kann auch einfach nochmal durchspüren, ne? Sag mal es klein, warum nicht? Der Siegel des Leuchtturms. Oder das Siegel des Leuchtturms. Plung. Was für eine Unweltfestschmutzung gemacht. Klopf. Dong. Auweia. Du willst die vier Fontänen wieder spüren lassen? Ich gebe das kürzliche Edelwasser nicht kampflos her. Noch drei weitere Fontänen. Weiter geht's. Okay. Da haben wir eine. Da hinten haben wir noch eine. Klatsch. Dielelelelelelelelelelelelelele. Wie, das haben wir alles explodiert, ey. Hallo. Hallo. Na, ihr zwei. Wie geht's euch? Okay. Ich kauf das mal. Okay. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Da bin ich aber rein. Das ist doof, ey. Okay. Aha. Oh, wir sind hier hingelandet jetzt. Tja, vergiss es. Holla, das ist extrem heiß. Wir müssen aufpassen. Da hilft vielleicht Wasser. Och, vielleicht. Vielleicht hast du recht. Hm-mh. Was ist denn da unten? Da ist ein Gemülde drin, ne? Oh. Achso, keine Power mehr. Egal. Hä? Oh, wo ist denn das? Ach, hier ist der Mond. Ah, heiß. Was? Das Siege der Thermalinsel. Das ist sauber. Das sagt aber diesmal nix. Will er nicht mehr rumhauen? Achso. Ja. Wir müssen erst mal... ...Lattchen machen. Plopp. Plopp. Genau so. Noch zwei Fontänen. Zwei Stück. Aber da ist noch einer und da hinten ist noch einer. Haben wir... Da oben haben wir noch was. Okay. Stroh holt springen. Tschüss. Hallo. Hallo. Na du. Okay. Rollfelsen schnurrt. Ich wollte mir den Mond da drin schnappen. Aber es ist zu gefährlich und ich leide viel... Und ich leide viel zu langsam. COM 걱정. Häh. Naja. Ups. Dididi-dididi-dididi-dididi-dididi. Hallo. Okay. Fuck. idadie-dididi. Wicht ich nicht dumm, ne? Und das was? Wofür ist das eigentlich gedacht? Ne. Komme ich nicht hoch. Bipp, 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 bipp. War ich nicht. Ich geh mich mal kurz umziehen. Einmal umziehen, bitte. Nee, den Hut behalte ich auf. Aber. Das passt doch besser. Finde ich zumindest. Das finde ich zumindest so. So. Zack. Hui, rüber da. Bin zu weit zu laufen. Vielleicht. So ein bisschen. Ah, hier ist noch was. Was haben wir hier? Auf diesen Weg durch die Schlucht ist das richtige Timing alles. Na ja. Wenn du meins. Okay. Da komme ich so schon mal nicht hoch. Okay, hier sind noch die. Haben wir hier noch irgendwas? Klar, sonst sollte hier so ein Ding ja nicht sein. Natürlich. Das wollte ich ja nie machen. De, 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 de. Ups. Autsch, mein Kopf. Also, das war ein bisschen knapp. Hallo. Warum haben die mich nicht mehr gesehen? Warum haben die mich dann nicht mehr gesehen? Hm. Immer fragen, immer fragen. Okay. Kula, kula, kula. Nee, 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 nee. Ein Mond. Ausgrabung in der hinteren Schlucht. Hallo. Ähm, das habt ihr nicht gesehen. Gott. Ich hasse es, ne? Ich hasse es. Wenn ich das Tim kriege, ey. Hallo. Hätte hier klappen können. Nee, 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 nee. So. Okay. Äh, hä, 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 hä. Wie ist schon wieder? Kommt ihr denn schon wieder her? Machen wir das eben so. Ich weiß nur nicht, wo das reinkommt. Hm. Junge war das gemein. Gott. Gott. Ist ja gut. Mein Bruder wieder. Sonst habe ich das immer ganz leise gehabt. Aber jetzt? Naja, passiert. Muss ich hier hinten hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss damit. Hm. Hm. Jo. Oh. Ich habe sie losgelassen. Boah, ihr nervt. Achso, wir können auch nochmal mit der Schwimmen. Da oben. Okay, doch richtig. Hi. So. Ach, Meno, wenn du... Ja, blablabla. So. Was ist hier? Und da wären wir denn hier? Oh. Eins, zwei, drei, vier. Kommt her. Müssen wir sie vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge öffnen? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Aber wie schwer war das, riecht sie auch nicht. Schatz am Zufluss. Okay. Du, 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 du. Kommt mir da eigentlich hoch. Wenn wir hier gerade schon hier sind. Achso, ich verstehe. Okay. Vergiss das. Okay, hier nicht. Von hier. Okay. Ich hab's. Okay. 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 Steinsäule. Jetzt fehlt nur noch hinten der Pfad. Da nach oben. Hä? Klopf. Korken. Nur noch eine Fontäne. Lasst uns auch den letzten Korken ploppen. Lass uns auch den letzten Korken ploppen. Ja, ich weiß, dass er da ist. Ich will aber dahin reisen. Geht schneller. Äh. Du, 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 du. Autsch. Oh. Tschüss. Hallo, ihr drei Wichte. Hallo, du Wicht. Hä? Wo ist er denn? Hä? Hä? Wo? Wo, wo? Hallo. Geht das? Gott, war das knapp. Komm her. Wow. Ob das so gemacht werden soll schon? Ist halt so die Frage, ne? Hm. Nein. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Tschüss. Tschüss. Meiner. Romanze am Strand. Na ja, also wirklich ein Strand ist das hier gerade nicht, ne? Wo wir sind. Die wurden voll getroffen. kommen. Hm, hm. Dü, 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 dü. Kommen sie raus. Kam sie raus. ich wollte mich noch verarschen gerade ok da kann das gesehen das siegel in der schlucht so famose es ist Zeit dass wir uns das Edewasser zurückholen ja 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 Hallo? War klar Gott, dieses rumgebohrene hier Geht einem auch völlig auf den Sack Hier geblieben, Junge Du, du, du Du, du Du, du Hä? Was muss ich denn machen? Hm Hm Oder muss ich das hier machen? Okay Verstehe Autsch Perfekt Da war der Weg Da haben wir noch welche Wo geht er hin? Du, 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 du Was macht er dann? Vergiss es Kollege Schnürschuh Hallo Ja Bist du mal hier? Hm Hm Hau da wieder ab Ich glaub's ja nicht Jetzt aber, komm Wie hat er Werden Wie hat er das denn geschafft eben? Ja, ja, ja. Ein Multimond für dich. Das Glas ist halb voll. Ja. Ist das ein famoser Sonnenuntergang? Und mit den Fontänen und dem Edelwasser sagt sogar noch schöner. Aber Bowser scheint sich gar nicht mehr in diesen Lanzen aufzuhalten. Wir müssen ihn hinterher. Ja. Oh, cool sieht das schon echt allemal aus. Cool sieht das schon echt allemal aus. Ups, fahrt der Knopf. Das wollte ich machen. Ja. Ja. Ach, hi, tot. Oh, das ist auch schwierig, weil ich hab hier was gesehen gerade. Di, 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 di. Klar, wir können die nächste. Willst du mich verarschen, Junge? Tschüss. Gott. Gott dammit. Die wollte ich haben. Komm mal hier höher. Nee, ne? Doch da. Aber... Aber... Wie? Hallo. Wisst ihr was? Ich mach euch jetzt mal platt. Dann spawnt ihr ja wieder oben, ne? Dann solltet ihr ja wieder oben spawnen. Wohl auch nicht. Zumindest noch nicht. So, gut. Äh... Na, was haben wir denn noch? Hau, der ist da oben jetzt? Okay. Da haben wir das. Wieso werden wir denn da hochkommen? Hm. Und da haben wir so ein Bild. Naja. Ups. Rück auf den falschen Knopf. Warum auch immer. Äh, was haben wir denn hier? Tja. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das für ein Hinweis sein soll. Autsch. Wie soll? Okay, wie soll ich da hochkommen? Hm. Ach ja. Komm ich hier noch hoch? Ja, komm ich. Okay. Tschüss. Hm. Junge, 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 Junge. Yay. Ist nur um das freizureimen, ist hier was? Nö. Okay. Nö. Schon cool gemacht. Dipdile dipdil. Hm, hm. Oh, ist hier noch mehr? Erstmal schauen. Hallo. Yay. Flup, 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 flup. Alle weg. Aua. Nein. So können wir es ja auch machen. Deswegen passt schon. Boah, ich dachte eben schon. Okay. Okay. Hm. Das war doch nicht alles hier, oder? Watt im Wolkenmeer. Warten im Wolkenmeer. Da drüben ist nämlich auch noch was. Autsch. Okay. Ist das gemein. Nein. Boah. Zack. Warum habe ich das gerade gemacht? Ja, man kommt hier rein. Oh. Noch ein Mond. Verwunkter Schatz im Wolkenmeer. Okay. So. Äh. Wo war das? Da war der Weg. Ich verreckt doch gleich, wie ich mich kenne, oder? Wie ich mich kenne, sterbe ich gleich. Hm. Oder auch nicht. Zurück kriege ich es besser hin. Und warum auch immer. Mann, tschüss. So, dann haben wir das auch. Hm. Achso, hier sind nur Münzen. Ich dachte, hier wäre noch was anderes. Aber nö. Wie sah es mit der Blume aus? Das dauert noch ein bisschen. Ist das so offen jetzt da eigentlich? Man kann den Blubberschrann nicht umfassend genießen, wenn man keine entspannte Mode trägt. Ah, dieser Stroh lässt sich gleich viel entspannter aussehen. Was man von Rester leider nicht wirklich behaupten kann. Mich auch. Äh, wo haben wir... Nessie ist bestimmt da hinten irgendwo wieder, ne? Okay. Okay. Ich hätte gedacht, dass ich das nicht hinkriege, aber naja. Auf der Meeresoberfläche. Bitte. Ach, Münzen. Okay. Nein, nehme ich. Kann man hier rauf und dann. Was sieht das? Huiiii. Hier ist ein Gemülde drin. Warte mal. Lass mich raten. Dinoland oben auf der fliegenden Insel. Das ist eigentlich ein Badehose, oder ist das eher eine Unterhose, die er anhat? Ich frage mich, ich frage nur für einen Freund. Ich frage einfach nur. Geheimfahrt zu den fossilen Fällen. Ja. Okay. Nein. Wisst ihr was? Yay. Yay. Einmählich habe ich das raus, ne? Aua. Ich will den hier nämlich abgeben gleich. Wenn ich eh schon da bin. 166 Morde. Ab nach oben. Ich weiß gar nicht, wie viele Fähne. Ja, uns fehlen hier noch eine Menge. Die fragen mich immer noch mit diesem Block, der da ist. Und wieder zurück. Okay, die Folge wird länger als die an den letzten jetzt. Ah, ich hasse mich manchmal, ne? Neum. Neum. So. Neum. Da haben wir ja. Hier geblieben. Ich sagte, hier geblieben. Das ist doch jetzt erst. Gebt wer? Meine. Merci, Dori. Merci, Dori. Okay. Äh. Moment. Ich muss mich ja sowieso dann umziehen, ne? Ne, ich kaufe das nicht. Wollte die anderen Banken kaufen, aber ich habe ja nicht genug. Hups. Glück gehabt. Jetzt komme ich da rein. Wee, 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 wee. Wee, wee, wee. Yay. Wiss kommen wir da rein? So. Man kann den Blubberstrand nicht umfassen genießen, wenn man keine entspannte Mode trägt. Wunderbar. Das ist das perfekte Assemble zum Entspannen. Nur hereinspaziert im Strandurlaub. Steht nichts mehr im Weg. Was ist hier eigentlich? Gute Erholung und viel Spaß. Eins mit den Wellen. Ein entspannter Tanz. Danke. Dann wollen wir mal hier. Einmal so machen. So, 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 so. 166 hatten wir und jetzt haben wir reingepackt. Wie viel? Jetzt haben wir 183 drin. 17 Stück. Die Odyssey ist leistungsfähiger. Ich muss hier eben erstmal rechnen. Jetzt kommen wir ins Eisland. Jetzt können wir ins Polarland reisen. Macht hier auch was gefasst, Bowser? Nein, noch nicht. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Aber ich würde sagen, bevor wir uns hier umgucken, werde ich erstmal die Aufnahme benden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Super Mario Odyssey. Bis dann. Auch egal. Ciao, ciao.